vielleicht gibt es da mehr ich weiß es nicht aber gerade eben war nicht viel los so bank wie lang war ich schon nicht mehr auf der bank ich muss ja ein vermögen haben an zinsen und ich warte bis die lade die leute ladet mal ein bisschen schneller da sind einfach zu viele seht ihr es sind einfach zu viele so ich weiß gar nicht weil ich was ich alles auf der bank habe mächtige jute insinien den zur erstellung von rüstung mit plus kraft so ok das war es nicht was habe ich denn eigentlich alles die kupfer 31 kraft 22 präzision warum habe ich die da noch nicht ach so stufe 44 ja dann kann ich die jetzt haben gut die benutze ich eigentlich die wird verkauft hier verkauft so was habe ich denn noch dich nicht erst präzision 16 zustand schaden brauche ich eigentlich nicht ich will eigentlich kraft haben das heißt ich durchaus verkaufen 9 präzision 12 ich würde ich hätte gern dieses siegel also diese aber ich weiß nicht ob ich das entnehmen kann ich versuche mal auf der die schmiede vielleicht kann ich da was machen vielleicht kann ich in der schmiede was machen so starke fokus 32 32 kraft löst eine flammenexplosion mit flächeneffekt aus der scheint stärker zu sein als meiner scheint ich bin nicht sicher ich nehme den mal mit ich kann den tauschen dann transmutation steine das ist alles eigentlich schon erledigt 9 präzision 12 zustand schaden geringe ruhe der lisa so ruhe und habe ich keine ich glaube ich kann welche machen ich glaube ich kann ach zu kraft dann kann ich eigentlich kaufen moment moment euch will ich nicht verkaufen die will ich verkaufen so versuche ich mal erstmal auf der schmiede auf der schmiede ob ich da was machen kann und jetzt hier kann ich eigentlich was reinwerfen was ich eigentlich nicht brauche wie zum beispiel unsichtbare tasche die brauche ich eigentlich nicht die spitzsachen das brauche ich eigentlich auch nicht kleine gilder entdeckung brauche ich jetzt auch nicht diese kristallscherben werden aus dem felsen von dem weg gewonnen deck die verwendet sie um ihre verstärkte so das brauche ich doch gar nicht ja mann gar nicht mitgekriegt so was ist der goldduplone habe ich noch welche ich habe keine glänzendes kitschschmutzstück das kann ich eigentlich auch verkaufen transmutationskristalle die kann ich behalten noch schon bin ich an dem punkt wo ich wieder nichts habe mehr kein platz als hier die kann ich dazu tun ja bravo wo mein gut kompakt so so gut und jetzt gehen wir mal schaut euch das an und jetzt gehen wir mal berufe 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 ich glaube hier oder nein wo sind die berufe leute da hier schneider schneider station so ich bin jetzt bei der schneider station so antwort komponente ich brauche ähm vitale jute singe den zur herstellung wo habe ich da jaja jute ballen irgendwo wo habe ich das gehabt den zur herstellung von rüstung mit vitalität miss zustand schaden ja das ist alles wunderbar nur nicht das was ich will nur nicht das was ich will irgendwo gibt es diese irgendwo gibt es diese heilende jute insignia ne ich bin das ne jute mächtige jute insignia den zur herstellung von rüstung mit mit plus kraft ich will nicht den zur herstellung sondern ich will dass die ohne des lebens plus 20 lebenspunkte genau so was wollte ich eigentlich doppelklick wenn du dies mit einem doppelklick auf ein rüstungs teil und ich glaube es gibt auch sowas das mächtig der bestückte mächtige bestückte wams ja wie ihr seht die zur herstellung ich glaube ich habe die letzten habe ich hier diese mit kraft das ist aber nur mit der herstellung für die herstellung und nicht um dazu zu stellen hier glaube ich das war die mächtige jute insignia die zur herstellung von rüstung mit kraft und ich habe gedacht wow super aber das ist hier die jute des lebens zwei jute ballen aus stoff resten gefertigt wie ich habe nichts hallo kein rolleber glaubt du da zehn stücke nicht erstellen was soll das aber levelmäßig steigen wir hier gar nicht gut vitale dienstwerstellung ne ich will das nicht so erstmal hier drei stück jute ballen jute ballen jute ballen was ist das hier das ist nur eine jute ballen jute tasche jute darstellen nein wenn ich jetzt hier runde des lebens viermal mache so oh super mächtig bestickte ose oh ich hätte es glaube ich so ah ne knios und leiste und fütterung habe ich nicht ja also das mit den berufen da muss ich glaube ich irgendwann mal rein ja die mit den taschen da muss ich mich irgendwann mal rein fuchsen so wo ist die schmiede wie zum beispiel jetzt hier ich habe gar nichts mit den na mit der steine beschäftigt juwelier ich bin auch juwelier aber bis jetzt noch nichts damit beschäftigt herold was ist mit dir herold warum hast du so ein komisches zeichen auf dem kopf hi schön hier in den wanderer hügel und am diesser plateau ist das immer noch schlimm ein kriegsbericht erstatter der abtag kann euch an den neuesten stand bringen wenn ihr heute noch eine gute tat vollbringen wollt ein silvarin der schwarzen zitadelle benötigt die fertigkeit eines abenteuers ok was ist hier draußen los die schaufel und die flammer legion haben in der zitter gipfel ihre kräfte vereint wir herolder haben angefangen sie die feurige allianz zu nennen das ist einfach einprägsamer ok wie kann ich die kriegsanstrengung unterstützen beginnt in den städten in der schwarzen zitadelle und in in höhlbrack auf dem dieser plateau und den wanderer übel sind viele spähe anzutreffen die euch sagen können welche gebiete am meisten gefördert sind und was genau will dieser silvari wir sind uns nicht sicher er hat sich als branddub vorgestellt und braucht angeblich hilfe bei einem geheimen projekt ihr solltet ihn persönlich fragen wie ich höre ist er ein flüchtlingslager ist er bei einer flüchtlingslager in der zitadelle ihr habt kriegsberichterstatter der abtei erwähnt information informanten fabulanten nennt sie wie es euch beliebt der springende punkt ist dass sie den verlauf der krise akribisch festgehalten haben einer von ihnen findet ihr bei den flüchtlingen in höhlbrack ein weiterer ein golem nahe der durmant denkmals in löwenstein gut danke so ok das sind so aufgaben so extra aufgaben die man kriegt ich will erstmal zur schmiede mal schauen ob ich da was raus machen nehmen kann so ich soll vier gegenstände verwenden um neue herzustellen das ist nicht so ganz was ich haben wollte ich wollte den hier ist doch den hier oder starke zepter der grauern vernichtung moment ja da ist es den wollte ich eigentlich schauen ob her ob ich den irgendwie die hallo kann ich denn irgendwie rausnehmen hallo achso ne hört hört die neusten nachrichten wie kann ich etwas ich hätte gern das wieder weg gehabt ja wie ist ihr hier dieser dieser siegel nur so einfach ja ja aber so wie es aussieht so wie es aussieht wird nichts gut das war's platziert viele gegenstände in der schmiede um neue gegenstände herzustellen das werde ich wahrscheinlich mit wenn ich einmal was war das das werde ich irgendwann mal machen wenn ich mal zu viele gegenstände habe dann werde ich einfach mal testen upsula ich bin auf einmal so schnell ich bin auf einmal so schnell ja irgendwann wenn ich mal so vier oder fünf gegenstände habe und ich bin in der nähe dann komme ich statt die zu verkaufen komme ich einfach hierher halt ich kann jetzt eigentlich schon was vorbereiten so neun zu präzision hier habe ich eigentlich erstmal einen gegenstand hier habe ich den gegenstand hier habe ich einen gegenstand so erst präzision zwölf zur kraft kritische ich kann eigentlich so wo kann ich tun da hat er schon ich glaube da hat er auch schon da kann ich nicht da kann ich nicht einmal hier ja aufwerten so und wo kann ich noch kann ich kann ich bei den hier tun ne oder ne das geht bei dem nicht oh manne das geht nur bei ausrüstung gut na wenn ich den hier nicht machen kann na der ist zwar schon besser die schuhe na ich tausche die mal aus so ok ach die sehen schon anders aus seht ihr so was was hat er hier geringe runde der zitarelle auf präzision 16 zustand schaden geringe runde der zitarelle plus 10 kraft was passiert wenn ich den jetzt so wenn ihr ein gegenstand aufwertet wieder an euch seelen gebunden runde des lebens auf verwissel kann man listen das verwenden warnung die vorhandenen aufwertungen wird zerstört abbrechen will ich nicht so wenn ich die jetzt hinzufüge Moment Moment ausrüstung ja ja ist doch okay die muss ich sowieso verkaufen wow wie sehe ich denn jetzt aus ich sehe immer mehr wie eine Frau aus Leute tut mir leid aber oh verteidigung aber nein ich möchte das nicht das hier ist schon ein bisschen da kriege ich schon Probleme so 27 kraft 20 präzision achso hier kann ich aufwertung so müsste eigentlich besser sein als mir als meine so ich habe eigentlich hier schon vier das könnte ich mal testen jetzt was passiert wenn ich jetzt die vier hier zusammen füge mal schauen wahrscheinlich müssen alle vier derselbe sorte also es müssen wahrscheinlich vier Schuhe sein oder vier Handschuhe wahrscheinlich ich weiß es nicht das werden wir feststellen ich benutze die Schmiede zum ersten Mal so und zwar hier einmal zweimal ich habe Nachrichten über die Sicherheit was soll das einmal zweimal dreimal dreimal viermal die Gegenstände sind geeignet wie die wild schmieden um neue Gegenstände darzustellen ja ich möchte aber nicht den Namen so zurücksetzen ich möchte den 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 und den das sind die wo ich sowieso verkaufen wollte oder nee nee warum warum machst du das mit mir so warum machst du das mit mir also ihr seht das dauert alles ein bisschen länger ach hier kann ich Runde des Lebens ja jetzt kann ich den ausrüsten so und dann kann ich den hier auch machen Schulter des Satelliten Runde des Lebens und Auswertung so und jetzt mal schauen was passiert verwenden einmal einmal was soll das warum machst du das mit mir ok Leute ich bin ein bisschen überfragt gerade eben aber den will ich jetzt nicht den will ich eigentlich na durch den ausrüsten ja so jetzt mal schauen was passiert noch einmal einmal zweimal drei hey die Beratungslage schmieden machen was soll ich denn damit wo ist denn der jetzt mal im ernst was soll ich denn damit ok das hat nicht viel gebracht hätte ich bloß die Sachen verkauft aua toll hätte ich bloß die Sachen verkauft ich hätte wahrscheinlich mehr davon besonders mehr Roll oder mehr Kupfer toll und jetzt bin ich hier noch gelandet das kommt davon wenn man sauer ist so schwimmen 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 hier darfst du gleich ein paar Sachen haben ich habe alles was ihr braucht mehr Leute sollten feilschen lernen ich möchte ein paar Dinge verkaufen schaut erst mal bis nächstes mal so den will ich ausrüsten den verkaufe ich na komm her verkaufen verkaufen und auch den verkaufen so und der sowieso der hat mich voll enttäuscht was ist denn das für ein komisches Ding so dann wird auch verkaufen 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 so so ok und jetzt versuche ich noch einmal wvw so betreten de grenzland ist voll möchtet ihr euch anstellen was soll das heißen grenzland ist voll ja wie lange muss ich dann warten so inventar mäßig wie sieht das aus ok das ist hier geringe als kraftwerter besiegte gegner das ist eine wo man da ja bist du wirklich waffenstärke so das ist einer von dieser was ich gesagt habe den möchte ich verkaufen und hier nicht identifizierte farbe die nicht identifizierte farbe ja ich stelle mich erstmal hin und zurück laufen mal schauen ob sie mich jetzt im wvw irgendwann reinlassen naja manche sehen schon gut aus manche sehen schon gut aus komm und zwar möchte ich hippie ja tanze tanze samba mit mir tanze samba die ganze nacht tanze samba mit mir und lass die besen in die heck so hi ja hast du ne ahnung ich würde gern würde gern würde gern würde gern ich hab vergessen was ich gern würde kleine gilder entdeckung gesperrt ich würde gern ach die hier wollte ich ablegen und zwar dafür wenn es sein muss irgendwas wegschmeißen so das ist alles kupfer 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 spielzeugform erfrischend bautarstein der halle monument reist mit einem doppelklick zu den ruinen der halle der monument so ich weiß nicht wo die halle der monument ist aber wer weiß boing boing juhu ach so vorsicht nicht runterfallen juhu äh wie sieht das nun aus mit wvw hallo warte schlange so 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 Leute wisst ihr was ich glaube ich glaube das wird doch nichts kann ich mich woanders anmelden baruch bucht spanien wahrscheinlich oder äh ja 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 los ich will endlich das sieht ja cool aus hier tja so wie es aussieht werde ich die aufnahme stoppen und ein anderer tag weitermachen weil jetzt ist ein bisschen ja bisschen enttäuschung oder zumindest für mich ich habe mich so angestellt ok ach zur kraft mich so angestellt und was weiß ich alles und was passiert es kommt nichts ich